Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarök Valhalla. Gleich entscheidet sich, ob ich mir nach der Folge einen Lebkuchen gönne oder nicht. Ich hoffe sehr. Ich möchte da hoch. Ich habe das Gefühl, ich kratze hier nur am Anfang rum. Ich meine, wir haben noch einen Schwierigkeitsgrad, den ich zurücksetzen könnte. Aber ich habe das Spiel auf Normal gespielt. Da musste das ja auch gehen, oder? Nein, das war ich. Ich habe das Problem sein, nicht. Ich habe das Problem sein, die ich gehöre. Und dann wollen wir den Weg. Und jetzt reden wir uns. Ich habe das Problem. Ich habe das Problem. Ich habe das Problem. Ich habe das Gefühl. Und dann fügel wir uns. Ich habe das Problem. Geh! Alter! Nein! Nein! Stop! Nein! Ich will einen Lebkuchen! Für den Lebkuchen! Ich will einen Lebkuchen! Sie können entscheiden, sie aufzuladen, wenn sie eine Tafel der Anstrengung... Verwenden Sie Mimirs Unannehmlichkeit in eine biefristige Explosion, die Gegner in der Nähe trifft, gewährt für kurze Zeit einen Nahkampf-Bodus. Mimirs Unannehmlichkeit? Wir nehmen mal Mimirs Unannehmlichkeit. Bitte, 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 lass mich eine kurze Story irgendwie sehen. Ich möchte den Trägen nochmal machen. Oh, ich verstehe. Hier oben verwahren sie offenbar die urzeitlichen Welten. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass Sigrun sich selbst verletzt hat, um uns zu retten. Oder dass ihre Verbindung zu Valhall gelitten hat. Was schlimmer wäre. Was hat das für Konsequenzen, abseits ihrer Schmerzen? Ich schätze, das kann man nicht mit Genauigkeit sagen. Aber ich werde mir jetzt mit Sicherheit Sorgen darüber machen. Vielen Dank! Entschuldigung. Entschuldigung. Da komme ich. Okay. Ich habe es verkauft, ey. Axteinstimmung. Stimmt die Levitanafter die Erinnerung an betäubenden Frost in Niflheim ein und erhöht ihren Basisstand? Oh, das wäre doch schön. Verbessern. Das ist schon sehr geil, muss ich sagen. Also das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm. Verdammt. Ich hätte mir einen Wappen kaufen können, ich dödel. Obwohl, ne, ich hatte nicht genug. Was war denn das für ein komischer Ton jetzt? Spiel, red nicht in diesem Ton mit mir. Ich habe jetzt halt den Gastgeber. Das war der Gastgeber, oder? Oder den... Nein! Nein! Das ist doch eine Zuflucht. Wie kann ich denn eigentlich nochmal mit mir als Dingsbumster benutzen? Wie geht das? Was muss ich drücken? Ach, L1 und O bestimmt. Ah, wir sind jetzt bei diesem Start. Richter, meintest du? Vielleicht korrespondieren die höheren Ebenen Wallhals mit den tiefsten Winkeln deiner Erinnerung. Bisschen wie, das sieht so krass, das sieht so krass aus. Ey, ich lieb's. Das sieht so krass aus. Die waren schon ein Mal hier. Wenn ich dich schon tragen muss, mach dich nützlich. Sag mir, was du im Kampf siehst. Zu Befehl, Arschloch! Wo ist er denn? Helios, wo ist er denn? Hängt er hier... Ach so! Er ist wieder in unserem Hintern. Muss ich auswählen? Kosten 500 füchtige Echos. Ja, hab ich total. Ah, ja, ich kann gar nichts machen. Das ist aber schön. Ach so, hier kann ich auch nicht hoch. Okay. Hm. Oh, da vorne sind noch welche. Das ist voll teuer, ey. Lass dir nur alle Zeit der Welt. Ach, Helios, du bist ein Unglücksbringer. Man weiß jetzt eigentlich, sobald ich am Hintern hab, geht alles schief. Sie haben dich ausgesperrt! Dann sehen wir uns mal in der alten Nachbarschaft um. Vielleicht treffen wir ja sogar auf alte Bekannte. Bitte was? Zeitanzeigen-Herausforderungen. Die Gegnerschwierigkeiten nehmen mit jedem ablaufenden Level des Timers zu. Der Timersstopper, der Rückkehr zu den aufsteigenden Sanden. Du weißt, ich versteh's nicht. Die Gegnerschwierigkeiten. Das ist für ein Schnulli. Oh, was ist das denn? Das ist mein Bifrost-Mimio. Oh, was bist du denn für eine? Ah, du hast eine glorreiche Beute. Ja, hab ich? Was denn? Was ist denn meine glorreiche Beute? Vielleicht solltest du dich beeilen, sonst wird alles noch schwieriger für dich. Oh, ne, das ist voll gemein. Was? Was? 500 Echos! Kann ich wieder zurückgehen? Was ist das? Das war jetzt aber kacke. Kann ich aufgeben? Hä? Wo ist denn hier jemand? Fliegende Augen mit Tentageln? Nein, ich bin raus! Gegnerschwierigkeit erhöht? Du stehst doch auf harte Kämpfe. Nein, gar nicht! Sieht einfach aus. Wenn du dich damit... Oh, 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 oh. Warte mal. Ich sehe dein Ziel vor uns! Rechte Seite, Achtung! Warte mal auf! opinions geht's! Wo ist er? Immer noch ein Monster. Da istum, dass er Sie nicht. Was man? Das ist es für um Wettbewerb, Oh Na super Okay, wo ist ja ein Geekno? Ist auch kein Gegner. Wo sind ihr Gegner? Ach hier Oh oh Wessen Armee ist das? Niemandes Das mag ich gar nicht Schlag mit dem Schild zu, verdammt Was ist das? Das mag ich gar nicht Ich glaube das waren alle Der Weg sollte frei sein Oh Oh god Komm mit Was ist das? Ich hätte gerne eine Zwischensequenz und dann Oh nein es geht immer noch weiter Ich weiß ja gar nicht wo ich hin muss Ich habe mich verlaufen Na super Hä? Oh Gott Okay Ich mache mir jetzt Geekno schwierig Ja danke Ich weiß ja gar nicht wo ich hin muss Das hier sieht aus wie der Anfang Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen wo ich mir denke Es wird sowieso nichts Oh 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 Wir gehen zurück Ich hoffe ich kann das Ding jetzt auch benutzen Ja 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 nimm was dann können wir gehen Oh 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 Da ich nicht weiß was auf uns wartet Machen wir mal das Oh Oh Gott Na super Na super Ich habe alles ausgegeben und hier liegt einfach alles rum Hapir Jetzt geht es gut Hapir 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 Das hat aber auch keiner Hapir Was hast du dir diesmal ausgedacht Kathos? Nein warte sag es mir nicht Die Spannung ist nämlich das Einzige was mich hier hinten wach hält Das mag verrückt für dich klingen, aber vielleicht zählt es nur als Opfer. Wenn du etwas aufgibst, das du schätzt. Wir wissen beide, dass ich das nicht bin. Sei schnell, Helikas. Antiklop, was wohl seine Schwachstelle ist? Grieche Gegner können Spartas Rage entziehen. Treffen sie den verbundenen Gegner mit der passenden Waffe bevor Ra... Was? Es kam die Verbindung! Er darf uns nicht knüppeln! Falsche Waffe! Falsche Waffe! Falsche Waffe! O Gott. Da wären wir. Dann zeig mal, was du dir Brillantes ausgedacht hast. Ähm, Kratos? Du sollst doch bestimmt nicht... Weißt du was? Vergiss es. Ich will das sehen. Nein! Wir sind nicht am Strand. Verdammt! Bruder? Oh! Mimia! Wo sind wir jetzt? Oh! Die Einladung war von dir. Ich hätte sie unterschrieben, aber ich wollte, dass du aus eigenen Gründen hierher kommst. Dann bist du keine Illusion. Bleibhaftig hier, alter Freund. Was willst du? Ich weiß, womit du kämpfst, Spartaner. Ich verstehe es besser, als du denkst. Die Schande. Die Zweifel. Die Frage, auf die ich keine Antwort finden konnte, bis ich hierher kam. Vor Ewigkeiten. Und durch diese Tür geschritten bin. Was ist dahinter? Oh. Das werde ich dir nicht verraten. Ich will dich vorbereiten. Warum? Weil ich es kann. Weil für uns das Kämpfen nur eine Beschäftigung ist, während unser Verstand arbeitet. Und weil du nicht bereit bist. Noch nicht. Bitte was? Ihr habt es doch wohl nicht mehr alle. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.